Ok, dann los. Was muss ich jetzt noch mal machen? Ich muss dich reinrufen, oder? Getränke holen. Was, ich rufe dich mal. Hallo, hallo. Bist du da? Ja, willst du zu trinken haben? Du musst trinken zeigen. Ah, ok. Und jetzt zeig ich dir den Ball, du musst Ball zeigen. Jetzt zeigst du Ball. Jetzt Ball zeigen, ja. Jetzt halte die sich ein. Und jetzt bin ich fertig. Jetzt kannst du trinken. Und gleich kommt das Essen. Jetzt stell kurz weg. Und jetzt nimm noch mal einen Schluck. Und zeig, dass du wartest. Kapuze ist abgegangen. Egal. Oder lass die aufmachen. Oh. Er guckt nur die Tasse an. Komm mal mit dem Essen jetzt, Johanna. Warte kurz. Er trinkt jetzt einfach nochmal mehr. Ich kippe uns das wieder ab. Das ist gut, das ist gut. Ok, jetzt komm mit dem Essen. Jetzt kommt Emil, jetzt knurrt er gleich. Emil, ganz leise. Stell dich hinter mir. Nein, Joschi. Nein. Nein, Joschi. Warte. Ok, ich? Kann ich antragen erst den Hünderfuß, ne? Hm, lecker. Ja. Er muss ja den ganzen fressen. Wir gehen erstmal wieder weg. Soll ich das so abholen? Ist gut, ist gut. Emil, Emil, Emil. Ist das runtergefallen? Ok, dafür ist leer. Kapuze ist ab. Ey, das frisst mir gleich meinen Finger ab. Ok, gib es ihm. Das ist gut. Kapuze aufsetzen. Warte mal. Nimm mal einen Schluck Tränken. Warte, ich lass ihn mal einfach abstecken. Ok, ist leer. Der Löffel. Der Löffel. Der Löffel. Warte, ich hab auch noch eine Gabel. Ich hatte das da noch hoch. Das will ich mit der Hand nicht. Ist nichts drauf. Das ist toll. Das ist eine Gabel. Achtung. Warte mal. Muss er das jetzt ganz aufessen? Nein, ich kann doch vorher schon weg. Oder halt dir den Teller gleich einfach an den Mund. Nimm das Brot noch in die Hand. Halt dir den Teller an den Mund, dass das jetzt einfach in einem Mal wegschlingt oder so. Oder nimm das Brot noch in die Hand. Endlich. Und jetzt soll ich's abholen? Warte. Jetzt ist es nicht mehr scharf, wieso denn? Und die Kapuze aufsetzen. Die Nase hat ja dreckig, Maria. Das ist ja richtig. Die kann man jetzt mal ein bisschen abschmieren. Ach so, ja. So, Yashi. Und jetzt drück ich die Rechnung, ne? Ja. Ist das hier? Ja. Ist das hier? Das Geld musst du jetzt rausholen. Danke. Scheiße, wo ist das, Frau Roni? Jörner, willst du das Geld holen? Ja. Oh Gott. Ja? Oh Gott. Rede mal ein bisschen mit Joshi, dass er dich anguckt. Joshi, guck mal hier. Ah, danke schön. Tschüss. Und jetzt? Okay, perfekt. Ja. Finde ich.